Das in den vorherigen Videos ein- und ausgeführte Katastrophenmanagement wird jetzt mit dem neuen Risikogovernance-Ansatz in Bezug zum Risikozyklus gesetzt. Zur Erinnerung, in der Nachsorge einer Katastrophe mit den Phasen der Bewältigung und des Wiederaufbaus müssen der Einsatz und die Hilfeleistung koordiniert werden, um den Wiederaufbau zu ermöglichen. In der direkten Bewältigung muss unter anderem die Rettung und Bergung sowie die medizinische und psychosoziale Notversorgung organisiert werden. Für den Wiederaufbau sind Unterstützungsleistungen notwendig, aber auch die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur. In der Vorsorge mit den beiden Bereichen der Vorbeugung und der Vorbereitung müssen umfangreiche Maßnahmen initiiert werden, zum Beispiel die Festlegung der Rechtsnormen, der Naturgefahrenerforschung inklusiv des kontinuierlichen Monitorings, präventive Planungen, die von technischen Schutzbauwerken bis zu forstbiologischen Maßnahmen reichen. Für eine umfassende Erläuterung des Risikozyklus seien Sie bitte auf die Lektion 4, Video 2 verwiesen. Der Zugang über das klassische Katastrophenmanagement wäre, dass eine Expertengruppe in einem klar vorgegebenen inhaltlichen Auftrag alles ausarbeitet, gegebenenfalls die Ergebnisse noch in einer Bürgerversammlung vorstellt und dann die beschlossenen Maßnahmen umsetzt. Dies ist im zweiten Video dieser Lektion erläutert. Der Zugang des Risiko-Governance ist es schon für die Definition des inhaltlichen Auftrages, die betroffenen Akteure zu integrieren, auf dieser Basis dann die bearbeitenden Themen festzulegen und den Verfahrensablauf zu bestimmen, der bis zur Festlegung der Maßnahmen verfolgt werden soll. Im klassischen Risikomanagement gibt es häufig ein Politik-Dilemma. Wenn Entscheidungsträger ihre Entscheidungen nur unter einem Bezug der Risikowahrnehmungen der Öffentlichkeit treffen, wird oft stärker reguliert als notwendig. Wenn Entscheidungsträger ausschließlich dem Rat von Experten folgen, verlieren sie leicht die öffentliche Unterstützung. Und aus genau diesem Dilemma entwickelt sich die Notwendigkeit, von Beginn an einen abgestimmten Entwicklungsprozess durchzuführen, um einen möglichst breiten von allen Beteiligten entwickelten und dadurch getragenen Konsens zu erhalten. Eben mit dem ultimativen Ziel, dass dann das ausgehandelte Ergebnis auch eine breite Zustimmung von allen Beteiligten Akteuren erhält. Und eben das kennzeichnet den Ansatz der Risiko-Governance im Unterschied zum klassischen Risikomanagement, das mitunter gefährdet ist, sich zwischen Expertenrat und öffentlicher Meinung zu zerreiben. Mit einer breiten Beteiligung der Akteure, wie sie die Risiko-Governance praktiziert, umgeht man typische Defizite eines Risikomanagements, die im Folgenden anhand einiger Aspekte dargelegt werden. Und einige Stichworte, die diese Defizite charakterisieren, sind keine eindeutige Zielvorgabe und thematische Abgrenzung, unklare Rahmenbedingungen, Mangel an Daten, fehlende Transparenz, Ungleichheit der Vertretung von Interessen durch Akteure, unklare Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht, Vertrauensverlust, Lähmung der Analyse und des Prozesses durch einzelne Akteure. Diese beispielhaften Defizite können einzeln auftreten, können aber auch in Kombination vorkommen. Und um diese Defizite zu adressieren, entstand die Grundidee der Integration von faktischem und technischem Wissen mit soziokulturellem Wissen in einem gemeinsamen Ansatz. Als faktische Dimensionen gelten hierbei zum Beispiel physische, messbare Ereignisse und Risiken als Funktion von Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. So wie wir das ja bereits in den vorherigen Videos eingeführt haben, zum Beispiel in der Lektion 1 im dritten Video zu Naturgefahren. Als soziokulturelle Dimensionen gilt beispielsweise, wie Risiken emotional und normativ eingeschätzt werden. Im Risiko-Governance-Ansatz ist folglich der Einbezug von Akteuren, häufig auch Stakeholdern genannt, von zentraler Bedeutung. Man unterscheidet diese in vier große Gruppen der Behörden, der Experten, häufig auch kommend aus der Wissenschaft, den Betroffenen und der Zivilgesellschaft im Generellen. Und je nach Risiko-Charakteristik variiert die Art der Beteiligung. In der einfachsten Risiko-Charakterisierung simpel sind besonders die Behörden involviert. Die instrumentelle Beteiligung, also eine Beteiligung mit bisher eingeführten Mitteln, ist der kosteneffektivste Weg, um das Risiko tolerierbar und akzeptabel zu machen. Falls das Risiko als komplex anzusehen ist und dadurch bereits zwei Akteure beteiligt sind, muss aufgrund der ganz unterschiedlichen Kenntnisse der epistemische Zugang gewählt werden. Hierbei müssen Experten mit den notwendigen Fachhintergründen eingebunden werden, um ein valides und umfassendes Wissen über das Risiko zu erhalten. Wenn das Risiko mit einer großen Unsicherheit charakterisiert ist, dann müssen neben den Behörden und Experten auch die betroffenen Stakeholder eingebunden werden. Stakeholder können zum Beispiel Gewerbebetriebe, Energieunternehmen oder Naturschutzverbände sein. Und es wird hier empfohlen, eine reflektive Beteiligungsart zu wählen, um gemeinsam den besten Weg zu finden. Falls das Risiko durch eine hohe Ambiguität gekennzeichnet ist, dann ist ein partizipativer Beteiligungsprozess sehr zielführend. Hierbei ist neben den bisherigen Beteiligten auch die Zivilgesellschaft einzubeziehen. Alle Akteure müssen zusammen im gleichberechtigten Diskurs die verschiedenen Zugänge zum entsprechenden Risiko kennen, die Unterschiede diskutieren, die Handlungsoptionen abwägen und gemeinsam eine Lösung finden, um diese dann auch gemeinsam zu akzeptieren. Es ist evident, mit der sich verändernden Risikokharakteristik steigt auch der Aufwand. Aber dieses gerechtfertigt, da bisherige Beobachtungen zeigen, auch wenn der Verfahrensweg dadurch länger, ja auch durch den kontinuierlichen Diskurs immer beschwerlicher wird, die Akzeptanz des gemeinsam gefundenen Ergebnisses ist dann aber akzeptiert und kann schnell umgesetzt werden. Und der Mehraufwand im Verfahrensprozess steht häufig nicht im Verhältnis zu den jahrelangen, auch gerichtlich ausgetragenen Auseinandersetzungen, die folgen, wenn sich im klassischen Risikomanagement bestimmte Akteure nicht im Prozess eingebunden sehen und deshalb die getroffenen Entscheidungen auf allen Ebenen und eben jahrelang anfechten. Diese dann notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen sind enorm und ungeplant und würden mit größter Wahrscheinlichkeit wegfallen, wenn man von Anfang an das Risikogovernance-Verfahren anwenden würde. Der zu leistende Mehraufwand im Verfahren ist um ein Vielfaches geringer als die späteren Anfechtungen. Nach der Charakterisierung der verschiedenen Einbindungsarten müssen auch die Formate festgelegt werden, in denen die Partizipation erfolgen soll, jeweils in den unterschiedlichen Verfahrensschritten. Grundlegend wird in die drei Formate der Einwegkommunikation, der Zweiwegkommunikation und der gemeinsamen Entscheidung unterschieden. Die einfachste Einwegkommunikation stellt nur Informationen bereit, also zum Beispiel über Flyer, Berichte, webbasierte Informationen, Ausstellungen, Medienarbeit, also ohne Interaktionsmöglichkeit. In der Zweiwegkommunikation gibt es die Möglichkeit der Rückmeldung. Die Entscheidungen obliegen immer noch dem zuständigen Organ, aber die unterschiedlichen Akteure werden gehört und deren Anregungen und Beiträge werden berücksichtigt. Maßnahmen beinhalten beispielsweise Anhörungen, Planspiele, Interviews mit Fokusgruppen und Umfragen. Auch über Bürgertelefone, Ombudspersonen, Web 2.0 oder soziale Medien wäre ein Austausch möglich. Zusätzlich können speziell für die Bürger Planungszellen oder Bürgerforen eingerichtet werden. Auch eine Online-Partizipation ist möglich. Im Format der Mehrfachkommunikation sind die Beteiligten auch entscheidungsbefugt. Es kann eine Konsenskonferenz, zum Beispiel ein Bürgergipfel oder ein World Café durchgeführt werden, um die Informationen zusammenzutragen. Und im Falle von Konflikten kann die Mehrfachkommunikation über runde Tische, Mediationen oder Schlichtungen erfolgen. Und falls die Beteiligten nicht nur mit Entscheider, sondern gar die Träger der Projekte sind, dann wären Bürgerprojekte oder eine Selbstverwaltung das Format der Partizipation. Es ist deutlich, es muss nicht nur entschieden werden, wer im Sinne der Akteure beiträgt, sondern auch in welchem Format die Partizipation stattfinden soll. Und dafür abhängig auch die Kommunikationsart zu wählen. Und all die verschiedenen Akteure mit den möglichen Partizipationsformen können in den verschiedenen Phasen des Risikozyklus integriert werden. Wobei im individuellen, konkreten Fall die entsprechende Form von der jeweiligen Charakteristik des Risikos abhängig ist. Jetzt freut es mich, dass Privatdozent Dr. Florian Rudolf-Micklau vom Landwirtschaftsministerium im folgenden Interview darlegt, welche Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen sich für seine Fachabteilung durch die Anwendung des Risiko-Governance-Konzeptes ergeben. Ich möchte bei uns Dr. Florian Rudolf-Micklau begrüßen. Er ist der Leiter der Abteilung 34 der Wildbach- und Lawinenverbauung und Schutzwaldpolitik im Landwirtschaftsministerium. Herr Dr. Rudolf-Micklau, Risiko-Governance spielt ja auch eine große Rolle im Katastrophenmanagement. Wo sehen Sie denn hier die Unterschiede und auch die großen Herausforderungen zwischen dem klassischen Katastrophenmanagement und der Risiko-Governance? Das ist das Erste, was mir dazu einfällt, ist vielleicht überraschend. Risiko-Governance ist ein Konzept, das im Unterschied zum Katastrophenmanagement eigentlich öffentlich kaum bekannt ist. Menschen, die dieses Konzept erklärt bekommen, haben Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was das ist. Und ich glaube, die große Kunst ist, den Mehrwert und auch die Grundsätze dieses Konzeptes zu vermitteln. Das ist die Herausforderung Kommunikation. Und für Ihre Behörde, wie leben Sie die Risiko-Governance in Ihrem Alltag? Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel geben und vielleicht auch mal hervorheben, was denn so der Unterschied ist, wenn man eine Situation aus dem klassischen Katastrophenmanagement angeht oder wenn man das aus dem Kontext des Risiko-Governance anschaut? Ja, das ist genau der Punkt, der erklärt werden muss. Und ich glaube, es lässt sich am besten daran erklären, dass man den ganzen Umgang mit Katastrophen in zwei Hemisphären teilt. Es gibt sozusagen das staatliche und das zivilgesellschaftliche Handeln. Und das Katastrophenmanagement ist eigentlich, zumindest in Österreich, ein staatlich getriebenes System. Klassische Risikomanagement- oder Katastrophenzyklen sind gesteuert von Expertenwissen. Und was ist Risiko-Governance dann? Das ist im Grunde die Einbeziehung der Zivilgesellschaft mit einem anderen Niveau der Wahrnehmung des Wissens über Katastrophen oder Risiken. Und Risiko-Governance setzt daher davor, voraus, dass ich einen Zyklus erweitere im Sinne einer Bewusstseinsbildung, einer Kulturschaffung für den Umgang mit Risiken in der Gesellschaft, dass die Gesellschaft überhaupt in die Lage versetzt wird, sich an diesem Prozess zu beteiligen oder willens ist, sich an dem Prozess zu beteiligen. Und einen weiteren Schritt nach diesem Risiko-Kommunikationsaspekt geht es eigentlich darum, Formen zu finden, wie diese Beteiligung gestaltet wird. Und das reicht von einfacher Information an Menschen, die betroffen sind bis hin zu richtig komplexen Beteiligungsprozessen. Das kann man leben. Ich kann ein Beispiel geben. Gerne. Ja, bitte. Und dieses Beispiel gibt es zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte heute Schutz finanzieren oder ich möchte Schutzanlagen erhalten. Da gibt es in der österreichischen Rechtsordnung seit vielen Jahrzehnten Rechtsformen, also zum Beispiel der Wasserverband oder die Wassergenossenschaft, die einfach darauf abstellen, dass Betroffene sich an diesem Projekt oder dieser Maßnahme beteiligen. Mit finanziellen Mitteln, aber auch mit eigenem Wissen, mit Eigeninitiative und vor allem was ganz wichtig ist, eine Art von Shareholder Value. Die gehen her und sagen, das ist unsere Hochwasserschutzanlage. Sie überwachen diese Anlage, sie beobachten, wie sich diese entwickelt, wie sie wirkt. Und das ist ein unersetzbares Asset. Und insofern ist Risiko-Governance nicht etwas Neues, irgendeine wissenschaftliche Idee, sondern es ist ein zutiefst historisch gewachsenes und nur der Begriff ist an sich nicht etabliert. Das ist das Spannende. Das heißt, Sie würden schon noch sagen, dass die bisherigen Strukturen, die ja etabliert sind, die man eigentlich dem Katastrophenmanagement zuordnet, die auch im Ministerium entsprechend abgebildet sind, auch in der institutionellen Organisationsstruktur, dass die auch so weit schon ausgebildet sind, dass sie auch den Risiko-Governance-Kontext auch abbilden können. Absolut. Mit einer Einschränkung. Wir leben in einer Zeit, wo der Mensch aufgrund vielleicht auch der Komplexität des ganzen Systems es entweder verlernt hat oder auf der anderen Seite auch sich die Freiheit nehmen kann, diese ganzen Verantwortungen beim Staat zu. Also das heißt, wir sprechen oft polemisch von der Vollkasko-Gesellschaft, die alles gerne der öffentlichen Hand zu und das Zurückholen der Bereitschaft der Menschen, sich zu beteiligen, Eigenverantwortung zu übernehmen, vielleicht sogar Gestaltungsbilden zu entwickeln, das ist die Herausforderung. Diese Strukturen gibt es natürlich ohne begleitende Kommunikation und Befehlensbildung nicht. Und sind diese Prozesse dann auch abgebildet in der Struktur? Ja, absolut. Die wären dahingehend abgebildet, dass sich ja die ganze Bandbreite von privaten Vorsorgeleistungen, die einfach, wenn ich Eigentum habe, muss ich dafür auch für den Schutz sorgen, bis hin zu einer Beteiligung im Behördenverfahren oder groß angelegten Beteiligungsprozess im Umweltverträglichkeitsbereich, das ist alles da. Man muss es nur richtig organisieren. Und vielleicht auch noch eine weitere Einschränkung, oft wird es verwechselt. Partizipation ist ja auch demokratiepolitisch besetzt. Wenn Leute glauben, dass sie dieses Recht sozusagen im eigenen Interesse gegen das öffentliche Interesse verwenden können, kann es natürlich in die Gegenseite kippen. Dann kann es zu einer Lähmung der Prozesse kommen. Also ein guter Risikogobernance-Prozess ist ein Mittelweg zwischen Beteiligung, aber dem Rückgriff auf staatliche Eingriffe, wo dann natürlich, wenn es zu keiner Entscheidung kommt, man sagen kann im Sinne der Sicherheit, so, jetzt interveniert der Staat. Und dieses Nebeneinander macht eigentlich die Stärke dieses Prozesses aus. Gut. Und noch eine letzte Frage von meiner Seite. Sie haben jetzt deutlich gemacht, Sie haben eine geschichtliche Entwicklung. Sie haben einen momentanen Status. Wo sehen Sie denn zukünftig die großen Herausforderungen, die man gerade im Risikogobernance-Kontext adressieren muss aus behördlicher Seite? Denken wir jetzt vielleicht an neue Herausforderungen aus dem Klimawandel oder denken wir auch mit den Extremereignissen. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, ja, das Konzept ist schon tragfähig, so habe ich Sie verstanden. Aber wo könnte es in der Zukunft noch hingehen? Wo könnten mögliche zukünftige Herausforderungen liegen, besonders für die Behörde? Ja. Also die Beispiele, die jetzt genannt wurden, sehe ich gar nicht so als die großen Herausforderungen, sondern ich sehe zwei Komponenten. Das eine ist vielleicht die Komplexität der ganzen Auseinandersetzung mit Risiken und Gefahren, dass viele Menschen einfach überfordert sind. Und zu diesem, dieser Überfordert, dem Gefühl der Überforderung, dass man eigentlich angeleitet werden muss, was kann ich überhaupt machen? Was kann ich tun, ohne dann vielleicht das Falsche zu tun? Das ist wie bei der ersten Hilfe. Man muss einfach hingehen und helfen. Man kann nicht warten, dass einem jemand sagt, was man tut. Und ist es auch die Frage, dass man auch eingebettet ist in ein Gesamtsystem, in dem diese Einzelinitiativen koordiniert werden. Das haben wir ganz stark in manchen Bereichen, wie zum Beispiel im Freiwilligendienst, in der Feuerwehr. Aber es fehlt in anderen Teilen der Zivilgesellschaft diese Selbstverständlichkeit, dass man sich eben beteiligt. Und vielleicht ein weiterer Faktor sind die Medien. Die Kommunikation der Medien verändert natürlich die Wahrnehmung der Menschen ganz dramatisch. Und das ist die Fähigkeit, sich wieder die wichtigen Informationen zu beschaffen. Die haben die Leute eigentlich fast verlernt. Das ist sicher auch etwas, was man erst wieder etablieren muss. Herr Dr. Rudolf Biklau, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Aus den vorherigen Ausführungen und dem Interview wird klar, dass dieser Prozess sehr ressourcenintensiv ist, sei es zeitlich, sei es finanziell, sei es institutionell. Trotzdem zeigt die Erfahrung, die Maßnahmen, die in dieser Form ausgehandelt und bestimmt wurden, werden von den Akteuren als bestmögliche Einigung akzeptiert und können dann sehr zügig implementiert werden. Das Risikogovernance-Konzept ist ein vielversprechender Ansatz für den zukünftigen Umgang mit Naturgefahren, Naturrisiken und Katastrophen. Das Risikogovernance-Konzept ist ein vielversprechender Ansatz für den Akteuren. Das Risikogovernance-Konzept ist ein vielversprechender Ansatz für den Akteuren. Das Risikogovernance-Konzept ist ein vielversprechender Ansatz für den Akteuren.